So, Chelsea gegen Bayern. Das letzte Achtelfinalspiel steht hier an. Ja, die Bayern haben daheim 1 zu 2 verloren. Jetzt habe ich mir auch gerade gedacht, seit wann haben die Bayern ein gestreiftes Dress? Das ging es. Beim Trikotausstand. Jetzt habe ich schon gedacht, schwarz habe ich schon gescheiße. So, aber jetzt. So, aber jetzt. So, aber jetzt. Nein. Gott sei Dank. Heuer. 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 20 minuten und die erste große chance im spiel stark stark so so und nur nur sie bei uns sex ist auf dem laufen wird Was? 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 Schwenk. 20 damit ist der bayern derzeit weiter oder stark bei einem konkurrenten spiel ist ja sehr gut es gibt nicht viele torschuss ja vielleicht kann auch hier der trainer ein bisschen aufatmen nach dem spiel zumindest für zwei spiele weiter Wow. 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 Oh, ja. Stop. Maldie. Sorry kids. Oh, no. Oh, no. But good. Good job. Da habe ich mich jetzt verdrückt gehabt. Starker Ball. Das ist einander. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Nein, was mache ich? Ich bin ein Schuss, aber ich bin ein Schuss. Es gibt den Topper wechseln, ein Scherzchen. Hier gibt es einen. Oh, das ist ein Scherzchen. Nein. Oh, das ist ein Scherzchen. Was war das für eine Parade? Oh, Gott sei Dank. Oh. Oh. Yes. Oh, das war's. Ich weiß mich, ich weiß. Oh. Oh. Das gibt's nicht. Oh. Das war's für heute. Genau. Wir sehen uns das nächste Mal. Macht's das gut. Genau, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dann im Viertelfinale schon. Geht zügig weiter. Das stimmt. Da geht's jetzt wirklich rucki zucki. So. Danke fürs Zuschauen. Danke auch dir Michi. Du hast sicher Blut und Wasser geschwitzt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao und Baba. So liebe Leute. Von heute. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.